Nochmal Spätsommer in Wuppertal. Perfektes Wetter, ein Tag nach Freitag, dem 13. 13. Spieltag. Der WSV empfängt die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf und schließt die englische Woche ab. Unter der Woche das 2 zu 1 gegen den VfB Hilden, eingezogen ins Viertelfinale im Niederrhein-Pokal. Heute gibt es eine Veränderung in der Startformation im Vergleich zum letzten Sieg in der Liga zum 4 zu 0 gegen Erntebrück. Heute spielt Enzo Würz von Beginn an, dafür sitzt Dennis Dovidaz auf der Bank. Das sind die Highlights hier bei WSV TV. WSV gegen Fortuna 2. Hey! 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 Applaus 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 Niklas Heidemann ist bei uns, der WSV gewinnt 2 zu 0 gegen Düsseldorf. Wie hast du die beiden Hälften gesehen? Auf der einen Seite, erste Halbzeit sehr viele WSV-Chancen, da hätte die Führung deutlich höher ausfallen können. Danach hat man Düsseldorf so ein bisschen eingeladen. Ja, also die erste Halbzeit haben wir vorne zugestellt, dann auch direkt die Kopfbälle gewonnen und konnten dann unsere Konter fahren. Standen sehr gut, haben auch nichts zugelassen in der ersten Halbzeit und dann natürlich durch die zwei Tore in die Halbzeit gegangen. Es ist eine englische Woche, letzte Woche Erntebrück, unter der Woche das Pokalspiel gegen Hilden. Hat man das auch ein bisschen gemerkt auf dem Feld, in den Knochen? Genau, dann hatten wir die Halbzeit analysiert, wussten, dass wir jetzt sehr gut stehen müssen, weil sie jetzt nochmal anlaufen werden. Wir hatten natürlich schwere Beine jetzt von der Woche, das hat man vielleicht auch gemerkt. Da haben wir ein bisschen mehr verwaltet in der zweiten Halbzeit. Standen aber sehr gut, haben bis auf die eine Chance, die Basti natürlich überragend hält, nichts zugelassen. Und das war erstmal das Ziel für den Erfolg. Und die entscheidende Frage heute ist ja beim 2 zu 0, wer hat das 2 zu 0 gemacht? Du wurdest ja durchgesagt beim 2 zu 0. Manche haben gesagt, Christopher Kramer war noch dran. Wie hast du denn die Szene gesehen? Ja, ich habe den Ball abgefangen in unserer eigenen Hälfte, bin dann losgelaufen und immer weitergelaufen. Mich hat keiner angegriffen und dann habe ich abgeschlossen. Und dann hat, glaube ich, Kramer ihn vielleicht noch berührt. Ich hoffe es nicht, vielleicht ist es dann mal mein Tor. Aber trotzdem freut es mich auch für Kramer, wenn das sein Tor war. Ja, war kein Abseits zum Glück. Ich habe erst zum Linienrichter geguckt, dachte, vielleicht Kramer steht im Abseits und dann wird das Tor doch abgefiffen. Aber so war es nicht. Also 2 zu 0, die Halbzeit gegangen, das ist entscheidend. Wie letzte Woche gegen Erntebrück, wieder ein starkes Spiel von dir. Jetzt geht es weiter mit drei Auswärtsspielen, Dortmund, Köln und Wiedenbrück. Erst dann wieder ein Heimspiel gegen Uerdingen. Der WSV ist bisher sehr heimstark aufgetreten, auswärts so im guten Mittelfeld. Was erwartet uns jetzt die nächsten drei Spiele? Ja gut, wir hatten bislang noch nicht so allzu viele Auswärtsspiele in dieser Saison. Müssen wir uns jetzt zeigen. Auswärts ist immer ein bisschen anders. Muss man immer gucken, dass man erstmal defensiv auch wieder gut steht, bevor man dann an die Offensive denkt. Aber ich denke mal, das schaffen wir. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, uns auf Dortmund vorzubereiten und dann schauen wir mal, dass wir da auch wieder punkten. Und jetzt erstmal zwei Tage frei. Genießt die freien Tage und dann bis nächste Woche gegen Dortmund. Niklas Heidemann, vielen Dank. Dankeschön. Peter Schmetz ist bei uns. 2 zu 0 gegen Fortuna Düsseldorf 2. War das für dich ein verdienter Sieg oder aufgrund der zweiten Hälfte nochmal ein bisschen wackelig? Nö, ich denke schon, dass es verdient war. Ich glaube, Fortuna hatte jetzt in der zweiten Halbzeit die eine Chance, wo dann Basti gut hält. Dafür ist er ja auch da, dass er dann auch mal einen hält, wenn dann einer draufkommt. Und dementsprechend, ich meine, ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit versucht, direkt von Anfang an Gas zu geben. Ich glaube, das hat man auch gesehen. Haben dann ja auch gut vorgelegt für die zweite. Ich glaube, dann hat man halt ein bisschen gemerkt, wir haben ja auch ein bisschen die englische Woche in den Knochen stecken, was Fortuna 2 ja nicht hatte. Dementsprechend war das dann hinten raus eigentlich nur noch eine Wellenssache, dass man dann versucht, die Verteidigung abzuarbeiten, hin und her schiebt. Und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft, bis auf die eine Chance. Und ich glaube, das ist auch normal, dass man das dann sieht. Ja, bei uns auf jeden Fall. Und die Halbzeitführung hätte natürlich höher ausfallen können. In der zweiten Hälfte hat man im Hinterkopf gehabt, dass Fortuna eine Mannschaft ist, die auch schon mal gegen Aachen ein 0 zu 3 wieder aufgeholt hat zum 3 zu 3. Ja, da haben wir da auch unter der Woche drüber gesprochen. Das hat der Trainer angemerkt. Wir haben ja auch zum Beispiel gegen Rödinghausen, glaube ich, 4-0 zurückgelegen und sind noch auf 4-3 herangekommen. Also das war uns schon bewusst. Dementsprechend waren wir dann noch ein bisschen konzentrierter, als wir eigentlich schon hätten sein müssen. Und wir haben es ja dann ganz gut hinbekommen und noch abgearbeitet in der zweiten Halbzeit. Die drei Punkte bleiben jetzt also hier im Stadion am Zoo. Jetzt folgen drei Auswärtsspiele für eine Mannschaft wie der WSV, die sehr heimstark ist. Was kommt jetzt auf den WSV zu? Ich glaube, erstmal muss man ja sagen, dass wir auch auswärts immer auf Unterstützung unserer Fans bauen können. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, den Sieg, den haben wir jetzt mitgenommen, den nehmen wir jetzt mit in den nächsten Wochen. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt, man hat ja jetzt schon gemerkt, die Liga ist sehr eng. Man braucht da vor keinem Gegner Angst zu haben, ob man da auswärts spielt oder heim. Man muss halt immer seine Arbeit verrichten. Und wenn man das tut, dann hat man eigentlich eine ziemlich gute Chance zu gewinnen, wenn man seine Qualität auf den Platz bringt. Und darum geht es eigentlich. Und dann ist es eigentlich, es ist natürlich schön, zu Hause zu spielen, aber es ist dann auch egal, ob du zu Hause oder auswärts spielst. Du musst es halt abarbeiten. Und ja, wir werden versuchen, das zu machen. Peter Schmetz, vielen Dank. Bitte.